Hier kommt Benji. Der aufgeweckte Mischlingsrüde ist eine wahre Sportskanone. Wenn er Auslauf hat, zeigt er gerne, wie gut er rennen kann und freut sich, wenn seine Menschen ihn mit Leckerchen und Streicheleinheiten dafür belohnen. Anfangs ist Benji noch etwas schüchtern und vorsichtig, aber mit viel Geduld zeigt sich sein liebevolles Wesen. Benji freut sich schon auf ein schönes Zuhause, in dem er viel lernen kann. Möchtest du mit ihm die Welt entdecken? Möchtest du mit ihm?